hallo und moin moin ja ich glaube dann habe ich alles gut okay ist dann auch ein bisschen leichter geworden auf jeden fall wieder um knapp 100 bin ich jetzt wieder leichter das heißt du kannst auch wieder ohne rüstung laufen oder wie ohne rüstung ich habe jetzt immer noch 268 aber mit der power rüstung geht es mir jetzt ganz normal ach ich habe sie gerade ich habe auch klamotten hier drin ja gut wenn wir e-power rüstung nehmen müssen dann lass uns mal weiter marschieren würde ich sagen ja da kann ich wieder hochkommen ja da kann ich ja ein bisschen wieder hier hoch dann natschen heute mal nur mit power rüstung ja das ist wenn man so schwer will so viel sammelt und so ich denke wir müssen auch noch mal schauen dass wir moment mal bitte auch sein ja muss sein ok leider nicht anders so bin ich jetzt auf dem richtigen weg nehmen wir müssen weiter nach links genau die richtung müsste das sein so guck mal gleich das wird da wieder hoch kommen ach da müssen wir den berg wieder hoch genau müssen wir den weg wieder nach oben finden ach ja gut hier sind genau das war ja hier das war der weg nach top of the world ach richtig wir mussten jetzt warte mal gerade was überprüfen ich habe hier meine ich gerade was gesehen ne hand war aber nur eine täuschung ja so stapfen wir mal stapfen wir mal da wieder berg hoch und dann müssten wir eigentlich fast automatisch da hinkommen ja das war ja fast da oben genau genau mit den waggons genau hier ist ja noch ein erster hilfekasten was ja wo der werkzeugkasten hat man letztes mal glaube ich schon gemacht genau hier ist noch was hier ist ja fast auf dem auto das ist komisch wieder einer wir gehen fast genau drauf zu mal gucken oh ja ich höre es auch könnte sein dass er sogar bei dem bahnhof da ist wo wir hin müssen das zweite teilholen ja da müssen wir ein bisschen aufpassen aber wir sind ja geschützt jetzt ne ja das passt schon dann so mal gucken ob wir richtig weg haben ja wir müssen um den berg rum wieder hier kommt glaube ich durch oder war hier nicht schon durch wir müssen weil da oben war glaube ich so eine stelle wo wir durchgehen konnten ah ja genau genau auf den zogen jetzt scheint es unten zu sein da ist er schon tot ja wird er sich nicht mehr bewegen jetzt müssen wir nur mal diesen bahnhof finden war das nicht schon hier unten ja doch das muss ja unter uns sein jetzt ja wir gehen drauf zu glaube ich ja genau das muss hast du eine markierung schon äh nee ich vermute dass das im waggon ist die müsste aber gleich auftauchen eigentlich ja theoretisch ja weil wir laufen ja nee wir sind wir müssen nach links genau ich habe auch gerade gesehen da jetzt habe ich jetzt habe ich sie jetzt habe ich sie ja ja ich auch genau sehr schön so mal kurz gucken was hier unten los ist da ist einfach jubb der ist ja getroffen da hinten sind roboter auf jeden fall ich kann nicht erkennen was es für welche sind nicht und das ist weit weg da ist auch warte mal da ist bestimmt wieder ein bot so ein da auf der straße guck mal ach ich sehe jetzt habe ich den gesehen ja so und den da müssen wir aufpassen der kann nämlich richtig heftig sein ich weiß nicht ob der manchmal haben die nämlich auch granaten habe ich festgestellt das ist ziemlich neu so jetzt müssen wir genau dahin wo die roboter sind meine güte die stehen natürlich genau da vorne ja okay ich versuche ich nehme jetzt die große waffe auf wir müssen auch hier ist eine kiste waren wir da schon ne da waren wir schon auf vorsicht der explodiert weg da weg da wow alle beide explodiert nein bin ich nicht weg so ist er weg ich glaube ja der liegt irgendwo hier liegt da jetzt warte mal einer durch hier am baum wo ich jetzt bin genau und du hast den anderen ach da vorne ist er genau er sieht ziemlich weit vorne genau ja so ich habe beide äh jetzt sollten wir mal schauen warte mal ich guck mal kurz wo das zeug ist was wir suchen ähm das muss hier vorne irgendwo sein direkt ah da hinten im waggon wahrscheinlich lass uns mal hier so rüberschauen hm sehr genau ich sehe die markierung auch genau kommen wir denn hier durch oder rein ich glaube hier kommen wir nicht rein ne wir müssen auf die andere seite ah hier ist ein durchgang hier kommen wir glaube ich durch aber hopps eine kleine kugel da steht einer flash hey noch ein dritter das ist immer schön blei habe ich jetzt gekriegt ja ja das ist ich glaube wir sind da hier ist es ah ja genau so warte mal ich nehme das mal raus und dann müsste der Rest für dich sein ja hast du ne genau so und jetzt müssen wir was machen bauen den Verstärker in einer beliebigen Bastelwerkbank ähm wir könnten warte mal was haben wir denn jetzt in der Nähe wir könnten nach White Spring gehen White Spring Station die hat ne äh entsprechende Werkbank können sein ja oder wir gehen warte mal Top of the World hatte Pleasantville auch eine ja das weiß ich im Moment nicht bei White Spring bin ich mir sicher ja gut dann gehen wir zu White Spring und hüpfen dann anschließend hoch zu ja Top of the World äh hüpfen ja wir müssen unbedingt ablegen ne dass wir hüpfen können äh na bei mir im Moment klappt das wieder ich hab äh 270 von 305 also im Moment warte mal äh oh ja ich kann auch ich hab nur 203 hab gut zerlegt ja ja dann lass uns doch springen ne dann spring mal jetzt so ich spring mal vor nach White Spring ne wenn ich denn könnte so jetzt hm ich bin unterwegs ja ich springe auch halt so jetzt zuck schnellreise ja ich bin auch da gleich ja ich bin auch da gleich ja 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 super dann gehen wir doch mal schnell hier rein hier war nämlich auf jeden Fall ne Dingsbank so das musst du mit das Teil nämlich irgendwie zusammenbauen ich mach das mal als erstes dann kannst du das gleich äh auch noch machen dann hast du deine Aufgabe auch wir müssen erstellen musst du dann machen ne auf Quest Gegenstand so dann erstelle ich das Teil so dann erstelle ich das Teil so dann erstelle ich das Teil kann ich vielleicht zu lange kaufen ich guck nochmal wegen Muni was ich machen kann ja 5 Pakete ist auch nicht viel aber immerhin großmenge großmenge oh ja ich kann großmenge produzieren auch nicht so viel ich stehe zu diensten mäm ja Keramik jetzt hab ich denn noch Knochen Kork Kupfer Leder Öl vor allen Dingen Säure hab ich ein bisschen ah schön mhm aber die behalte ich das werde ich nicht verpacken und Stahlstoß und Plastik auch die achso die Zahnräder könnte ich aber nochmal gucken so hab ich gleich noch ein bisschen was verpackt Kleber kann ich auch zusammenpacken super das ist schön so die kann ich stehen lassen achso du bist am handeln ne ja ich bin jetzt aber fertig für so ja ok so dann will ich das noch mal kurz gucken ob ich noch was los werde ja mal sehen wo ist denn achso ich wollte erst gucken ob ich genügend Materialien in der Kiste habe bevor ich jetzt hier alles was kann ich denn davon verkaufen oh zwölf Federn hab ich zwölfmal Federn da kann ich verkaufen sieben Stück freut sich das Publikum davon neun da verkauf ich vier Glas hab ich auch recht viel verkauf ich die Knochen kann ich noch zwei verkaufen ist meine Rüstung eigentlich noch da ich glaub die ist gerade die ist schon verschwunden gerade eben ja ist in mein Inventar gehupft ich wollte gerade überlegen welches denn jetzt meine aber da war sie schon weg das brauchst du dann nicht mehr und da drüben ist was los oh Gott was ist denn jetzt kaputt ja das ist weit springen ich werd noch mal die Rüstung kurz rausnehmen da ist ja da sind auch Mutanten glaube ich gerade mhm da können wir vielleicht noch mal ein bisschen mitwischen so ok wollen wir rüber ja ok große ich glaub hier kommen wir nicht durch komm mal wir müssen hier lang ok ich muss mal eben den Mutanten erschießen ach da drin Mutanten ich hab die sogar im Dunkeln erkannt ja jetzt haben wir gleich wieder ein paar Sturmgewehre hier ist noch ein bisschen was verwundeten was ist denn mit verwundeten was ist denn nicht wo ist ein verwundeter das hab ich ja noch nie gehört dass das jemand sagt hm der ist leer hm nicht auf die Roboter ne du weißt ne ne ok ich glaub hier ist alles vorbei ja das war wohl eine stille Nummer ja 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 vor allem nicht auf diesen Roboter der macht sich so schnell kalt da kann man so schnell gar nicht gucken ja merkt man die sind sowas an schnell wenn du da erschienst ja ja ich glaub ich hab einmal versehentlich irgendwas gemacht oder so in meinem Solo bin gleich gestorben ich war so schnell tot ja was ist das denn hier ein Müllhaufen oder was ne ne ok ich wollte eigentlich noch ablegen und verkaufen wollte ich vor allem noch warte mal ich hatte noch was zu verkaufen kann ich Ihnen behilflich sein ja du kannst mir mal was verabnehmen hier damit ich den Schrott los werde so mal gucken oh das sieht gut aus jetzt habe ich wieder 1239 2300 fast Baseballgranate noch ich stehe zu dem ich stehe zu dem gewehre raus so super Baseballmütze übrigens Heiztuch Kampfstiefel Landerborderkleidung dass man nicht alles verkaufen kann ne ja das kann ich auch gut verkaufen dienen und schätzen dienen und schätzen Perdon weg Kaninchenbein das ist schon fast vergammelt ich esse ja immer nichts selbst ein Kürbiskuchen okay durch Perks auch teilweise ne das essen verrottet weniger die sind ja meistens verrottet schon das ist ja kurz vor allem weil manchmal bis ich sie gegessen habe ich komme nicht dazu dass ich habe auch viel zu viel kram wenn du addiktol hast dann solltest du immer eine dabei haben oder und eine möglichst in der kiste also nicht verkaufen der rest kannst du aber da war falls du doch mal jet brauchst oder so oder irgendwie andere mittel dass du falls du krank wirst ja was habe ich hier noch nie da kann ich nichts verkaufen das ist was hat er denn noch ein material hat er noch ich nehme jetzt das stahl noch mal mit so viel stück alles raus heißt nicht dass du nicht auch was kriegen kannst weil das ist manchmal unterschiedlich so ich bin soweit wenn du möchtest ich packe noch mal die sache weg ein stahlverein ich will ich ja nicht verlieren 50 die an die achse habe ich auf jeden fall dabei ja das geht eigentlich ganz gut mit dem lasergewehr das magazin ist immer so mickrig oh warte mal ich habe 28 kronaten inzwischen heute könnte ich die bräune mitschleppen vielleicht pack ich mal ich stehe zu diensten 18 weg so genau das ist ja gewehr stufe 50 das ist nicht mehr ausgegraut die haben da irgendwas verändert die sachen sind in der kiste nicht mehr ausgegraut das finde ich schade ja das update ist ja noch gar nicht lange her ja vorgestern ja 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 wieder ein neues update ja ok was ist das denn ach so das war das hüttchen spiel ne schätze dass ich da drunter ich hab den linken zuerst geschossen da war der ball drunter nichts gewonnen wo hast war deiner wo war deiner ich hab nirgends was gehabt dann hast du wahrscheinlich nur noch die becher gesehen ok so jetzt würde ich sagen gehen wir zurück jetzt nach pläschen pläschen ja gut da hätten wir eigentlich auch hinspringen können wir sind auch manchmal etwas unüberlegt nee warte mal wir müssen ja erst zur funkeinlage zu top of the world jetzt überlegen nee nicht top of the world wir müssen zur begiblich zur nationalen funkanlage müsstest du haben signalstärke guck mal ja ach ja stimmt das heißt wir müssen mal gucken ob wir in die nähe können im prinzip kommen wir direkt zu der großen senderanlage zur nationalen funkanlage und da müssen wir dann das teil einbauen ach da ist es jetzt siehst du ja da waren wir auch schon mal im osten genau das haben wir nämlich schon erschlossen deswegen ist es immer gut wenn man die mitnimmt so ich hüpfe mal vor ja so ich bin da so ich müsste jetzt auch gleich da sein ja okay das passt doch alles gut müssen wir nämlich genau da müssen wir durch dann müssen wir darüber da hinten ist nämlich eine zweite anlage und ich glaube für der müssen wir auch hin diese kleine irgendwer schleicht hier rum so jetzt bin ich da da hinten da oben war gerade was Moment ah Mutant oh toll was denn ich bin doch nicht so weit ach ich häng' fest oh mit andere Waffe mhm hey so ich hätt' jetzt auf mich auch grad'n vorsteiger genommen oder mein bein So, ich haue die jetzt mal platt hier. Oh, Mann. So, warte, ich komme jetzt dahin, nur. Wenn ich den Eingang finde. So. Oh, der ist nicht so einfach zu treffen. Nee. Doch, das machen wir doch. Genau, ich mache jetzt Hackbrecher. Ja, du. Oh, das hast du davon, vorwiegend nein. Ja, ehrlich. Nein. Mal zu erschießen und dann nein schreien. Ich glaube, ich würde mal meine andere Waffe wieder nehmen. Ich lade mal kurz nach. So, die auch kurz nachladen. Die, was ist da mit? Nee, die muss ich auch. Okay, kann losgehen. Ja. Der ist irgendwo oben. Ja. Der muss oben sein. Ich sehe, komm, lass uns hier mal hochgehen. Ich verstecke mich in der Pfeile. Ich verstecke mich in der Pfeile. Die sind echt zu mittel. Die sind echt zu mittel. Hier ist ein bisschen Bluten. Hier ist nämlich überall was Schönes zum Bluten. Kommt da noch einer? Kommt da noch einer? Nee, hier nicht. Vielleicht müssen wir hier so nochmal raus. Warte mal hier so ein Eibau. Ich habe hier gerade eine Meldung, dass in einer halben Stunde das Spiel zur Wartung abgeschaltet wird. Oh, und dann passt es ja richtig gut. Ja, ja. Dann müssten wir das hier noch, dann sollten wir nochmal jetzt versuchen. Ja doch, dann lass uns kommen. Lass uns das hier beenden. Wir gehen hier raus. Nein, ich komme nicht raus. Ja, pass auf, ich weiß ja, wo du steckst, oder? Du kannst hier noch eine Granate. Heiße Kartoffeln. Heiße Kartoffeln. Wo steckst du, du Beine raus? Komm, lass uns gehen. Ja. Wir müssen wegen der Wartung ein bisschen schneller hier raus. Ja. Dass wir das rechtzeitig abschließen können. Wir müssen zu der zweiten, zu der kleineren da hinten, Antenne hin. Da müssen wir hin. Oh, mein Kern hat sich gerade... Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier... Müssen wir mal kurz gucken, ob ich noch genug Kerne habe. Ja, sind heute viele rumgelaufen. Ich habe nur noch einen. Ja, 75 Jahre habe ich noch. Ich habe jetzt noch einen, ja. Genau, den habe ich auch. Okay, dann könnte das reichen, dass wir dann zumindest nach Hause kommen. Ja. Mal sehen, dass wir hier... Ich glaube, wir können dann hier... Ne, wir können hier hochgehen. Da oben ist ja noch ein Mutant. Den holen wir uns jetzt so. Ja, ach, da ist auch die Markierung, genau. Ja. Mal gucken, ob ich die da reinkriege. Heiße Kartoffeln. Doch noch heiße Kartoffeln. Ich bin... Ich weiß nicht hoch genug. Ja, töten, töten. Hier, heiße Kartoffeln. Habt ihr noch heiße Kartoffeln? Moment. Noch eine heiße Kartoffeln. So, heiße Kartoffeln. So, der ist platt. Lauter heiße Kartoffeln. Das haben dich irgendwo mal gesagt in einem Deadspiel. Ich weiß nicht, ob das sogar hier war. Dass die immer heiße Kartoffeln geschrien haben. Fand ich immer witzig. So, ich nehme das noch mal kurz mit hier so ein bisschen. Okay, hier ist nichts weiter. Okay, wir können weiter. Ja. Heute ist Sonntag. Warum machen wir das ausgerechnet auf den Sonntag, sag mal? Das verstehe ich auch nicht. Na gut, das kann ja vielleicht sein, dass die jetzt wegen der Privatserver was festgestellt haben. Ja. Und das damit die Leute zufrieden sind und nicht anfangen zu heulen oder so. Ach, nö. Ach, nö. Jetzt brauche ich doch die große Wunschung. Fünf Stück. Oh, scheiße. Ich muss mich mal aufpeppen. Achte auf dein Ding. Und da links ist da einer. Sechs so war. Nein, die Güte. Sind die denn bloß aufgetaucht? Das lohnt sich aber. Da haben wir schön noch mal ein bisschen Stahl und noch mal Stahl. und Fusionszellen habe ich auch bekommen. So, das ist nochmal drei oder vier, fünf. War hier nicht noch einer? Hm, nee, hier ist keiner mehr. Hier ist noch einer. Das war's, glaube ich. Also, fünf Stück waren das, ne? Ja. Meine Güte. Ah, hier der. Vier, fünf. Ja, kommt hin. Hast du hier jetzt schon dein Gerät eingesetzt? Nee, mache ich jetzt gleich. Da sind wir gerade unterbrochen worden. Ich mach das mal. Abschaltung steht kurz bevor. Die haben noch halbe Stunde gesagt. Was soll denn das? Der Entwickler hier hat noch... Also, mir werden noch 23 Minuten angezeigt. Ja, stimmt. Es kommen wieder so viele... Ja, wahrscheinlich von mir jetzt. Das könnte natürlich sein, dass du das auch erwischt hast. Ja. Okay. Ah, oh nee. Nachladen. Jupp. Äh. Moment. Hau dir jetzt eine runter. Boing. Boing. Oh, das sind 50er. Ich kann ihm nicht kaputt aus. Ja, ja. So, jetzt haben wir ihn. Sehr schön gefallen. Ist er auch. Super. Dann können wir die anderen noch einloten. Ja, das kam bestimmt nach dem Einsetzen des Verstärkers. Genau. Das könnte gut sein, ja. Der hat nichts. War hier nicht nur einer, der was hatte? Hier ist einer. Ja, warte mal. Der ist neu gewesen. Ah ja, der ist neu. Ah, hier unten liegen noch welche. Das sind keine. Zwei, vier müsste ich haben. Und hier ist der fünfte. Okay. Ja, dann haben wir wo beide. Ja, dann hatte ich auch wieder alle. Ja. So, jetzt wollen wir mal... Gut, schnauern. Verfolge das... Ne, leite Strom zum Verstärker um. Wir können das nicht zu Ende spielen. Das ist hier in dem Gebäude. Wo? Ah, da oben. Ja, ich seh's. Mach du mal ruhig. Weil du, ich muss zwar, glaube ich, getrennt machen. Ich mach mal. Also, Hilfskomponentensteuerung, Energie umleiten. Ja, das könnte es sein. Warte mal, was hab ich denn noch zu essen? Ah ja, ich hab noch Suppe. Oh, Suppe hab ich noch. Ganz viel Suppe. Hat sich was verändert bei dir? An deiner Anzeige? Also, bei mir ist jetzt, ähm, kehre zurück, um mit Rose zu sprechen. Ja, genau, das ist es. Wo, wo war denn das? Hilfskomponentensteuerung? Warte mal. Ah ja, umleiten, ne? Ja, jetzt hab ich auch. Nächstes eine Warnmeldung. Die Welt geht unter und wir sind alle am Arsch. Ja, du wirst sie doch kennenlernen. Ich fürchte nur, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir können es noch versuchen, aber... Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute und versuchen nach Hause zu kommen, ne? Ganz ehrlich, ich hätte ja nicht gedacht, dass jemand sie gemeinsam zum Laufen bringen würde. So, ich hoffe, ich kann springen. Eigentlich wollte ich sie töten und mir ihr Zeit nehmen, wenn sie zurückkommen, falls sie das überhaupt geschafft hätten. Ja, blöde Abscheidung. Warum ausgerechnet heute? Das finde ich jetzt doof. Das ist irgendwie komisch, doch, ja? Eigentlich hasch ich von mir, das jetzt zu tun. Also, ich bin das, was man einen Raider nennen würde. Töten, Rauben und Betrügen sind mein Ding. Und dank Ihnen habe ich ein funktionierendes Radio. Jetzt kann ich also andere Gleichgesinnte finden und wir können uns alle verbinden. Sie haben uns Tor und Tür geöffnet. Die Unterbrechung. Da habe ich aber auch nicht verzeichnet, dass ich auch nicht. Überhaupt nicht. Nicht auf den Sonntag. Ja, da muss irgendwas gewesen sein. Wir haben ja auch dieses Premium-Account mäßig eingerichtet jetzt. Ja. Lass bei mir. Okay, gut. Ich bin zu Hause, du auch, ne? Ja, ich auch. Alles gut. Okay. Gut. Dann gucken wir mal nach meiner Säure. Ja, ein bisschen habe ich bekommen. Gut. Ach so, unsere Essigframm zerlegen. So, das mache ich jetzt auch noch so viele Minuten. Habe ich noch Zeit? Ja, ich mache das jetzt aber auch noch zumindest zerlegen und in die Truhe packen, soweit das geht. Ich muss noch mal gucken, ob wir das Quest-Gegenstand, weil ich könnte das mal hier machen, nicht, dass wir den versehentlich auch zerlegen, aber ich glaube, das geht gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, hier ist nichts drin. Also können wir ruhig mit einem Rutsch auch zerlegen. Ja. Vorschlag, komm mal 86. Ich habe noch zwei in Jagdgewehr. Ich zerlege das jetzt mal, ne? Hm. Oh, gar nicht. Kurzreichweiten. Oh, gut. Sehr schön. Hä, was ist los? Jammer hier nicht rum. Die jammert hier auf einmal. Die mag, dass sich das abgeschaltet wird. 7,52 habe ich in meiner Kiste. Ich hoffe, du kriegst noch alles rein, was du reinhaben willst. Ja, ansonsten habe ich das ja im Inventar erst mal und dann werde ich mal schauen. Ich wollte ja heute noch ein paar Folgen mehr zurecht machen und hochladen für die Woche jetzt und dann werde ich noch mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie lange der offline ist. Wird wieder eine Stunde wahrscheinlich dauern oder so. Ja, vermutlich. Das ist seltsam. Vielleicht gibt es ja irgendeine Nachricht gleich, wenn sie... Ja, ja. Gut, sie haben uns immerhin recht lange vorher Bescheid gesagt. Das machen sie, glaube ich, sonst auch nicht. Also eine halbe Stunde habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, gut, dann machen wir, würde ich sagen, für heute erst mal Schluss, ne? Ja, genau. Dann schauen wir mal. Ich warte noch darauf, dass meine Rüstung ins Inventar hüpft und dann ist gut. Ja, das werde ich noch machen. Vorher gehe ich auch nicht raus. Nee. Und vor allen Dingen, ich wäre jetzt echt zu... Ja, die müsste ich jetzt gleich hüpfel. Ich lege auch noch mal schön schlafen. So. Jo, das hat geklappt. Ja, das war's für diese Folge. Hoffe, es hat Spaß gemacht und lass doch bitte einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.